Die Radio 112 Messe News von der Interschutz 2010 in Leipzig. Am Mikrofon Olli Sachse auf der Interschutz in Leipzig und vor mir steht jetzt Robert Klüsener von der Firma Feuerware. Hallo Robert. Hallo Olli. Wir sind ja jetzt am letzten Tag, am Samstag. Wie war es bis jetzt? Bis jetzt war es hervorragend. Heute geht es richtig los. 400 Busse habe ich gehört. Ich bin gespannt. Ja, am Eingang drängeln sich auch schon die Massen. Ich habe es mir eben angeguckt. Was macht die Firma Feuerware? Wir stellen Taschenaccessoires aus ausgemusterten Feuerwehrschläuchen. Richtig schön. Ökologisch korrektes Recycling. Richtig, genau. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Mein Bruder ist studierter Beklagungstechniker, hat sein Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben und hat viel ausprobiert. Surfsegel, Kaffeesäcke und so weiter und ist dann beim Feuerwehrschlauch hängen geblieben. Das heißt, er macht die Technik und du die Wirtschaft. Genau. Relativ einfach kann man sagen, er macht die Sachen, ich verkaufe die Sachen. Das ist ja auch praktisch. Dann bleibt das Wissen und das Geld in der Familie. Apropos Geld, seid ihr schon richtig schön erfolgreich und wie lange gibt es euch? Uns gibt es seit 2001. Wir sind sehr zufrieden. Wenn das aus Feuerwehrschläuchen gefertigt wird, heißt das ja wahrscheinlich, dass jedes Stück ein Unikat ist. Absolut. Also jedes Stück ist, also kein umgekehrt, kein Stück ist wie das andere. Gibt es denn trotzdem welche, die ähnlich aussehen? Das heißt, in einer Kollektion, diese Taschen sind rot mit grünen Streifen? Ne, wir machen immer mal wieder so Sonderkollektionen. Es gibt ja jetzt diesen Leuchtschlauch, diesen Signalfarbenschlauch. Da kriegen wir sehr, sehr wenig von. Da machen wir einmal im Jahr eine kleine Sonderkollektion. Aber sonst ist wirklich jedes Ding absolutes Unikat. Macht ihr nur Taschen oder auch andere Sachen? Neben Taschen machen wir noch Gürtel, wir machen Organizer, wir machen Portemonnaies. Also wir machen noch sowas anderes, was rund um das Taschengebiet interessant ist. Kann man euch dann auch im Internet beobachten? Natürlich www.feuerwehr.de Alles klar. Vielen Dank für das kurze Interview. Danke dir, Olli.